Artemisia annua, eine wundersame Pflanze. Sie wird in der chinesischen Medizin seit 2000 Jahren eingesetzt und hat aus Erfahrung sehr vielen Menschen geholfen. 2015 hat diese Pflanze den Medizin Nobelpreis bekommen. Die chinesische Wissenschaftlerin Yu Yu Tu hat einen Wirkstoff aus der Artemisia Pflanze entdeckt, der wurde dem Namen gegeben Artemisin. Sie hat damit Malaria-Forschung betrieben und konnte feststellen, seit den 70er Jahren, dass mit Artemisia Malaria geheilt werden konnte. Man musste dann natürlich den Wirkungsmechanismus herausfinden und auch der wurde dann geklärt. Nämlich in dieser Artemisia Pflanze gibt es eine Peroxidbrücke, eine stabile Peroxidbrücke. Das ist für diejenigen, die in der Chemieunterricht aufgepasst haben, praktisch gar nicht möglich. Aber diese Peroxidbrücke existiert. Wenn jetzt das Artemisin mit einem Plasmodium, also dem Erreger der Malaria, in Kontakt kommt, dann bricht diese Peroxidbrücke und es entstehen zwei Metaboliten, die das Plasmodium umbringen. So wurde vielen Malaria-Kranken geholfen. Und interessant dabei ist, dass unter diesen Malaria-Kranken gab es Leute, die hatten noch andere Krankheiten, zum Beispiel HIV oder auch Krebs. Und aus Beobachtung hat man dann gesehen, als man diese Menschen mit Malaria behandelt hat, dass diese anderen Krankheiten sich auch verbesserten. Und so war natürlich schon ein Interesse geweckt an dieser Pflanze. Und ich habe viel darüber gelesen und ich persönlich bin begeistert. Es besteht aber bei uns im Westen eine gewisse Ignoranz, solchen aus China kommenden Pflanzen, obwohl sie mittlerweile längstens auch bei uns gedeiht, eigentlich überall auf der Welt. Sie ist praktisch klimaunabhängig. Leider, leider wurde sie kürzlich von der WHO verboten. Für mich ein absolutes Rätsel, wie man ein solches wunderbares Heilmittel, das seit 2000 Jahren bewährt ist, keine Nebenwirkungen macht, plötzlich verbietet. Wir wissen heute auch, dass es bei Viruskrankheiten einen sehr positiven Effekt hat. Da ist der Mechanismus nicht geklärt, ob es eine Grippe ist oder eben HIV oder selbst Covid. Was es sicher bewirkt, dieses Artemisin, es erhöht die Anzahl der weißen Blutkörperchen, die für unser Immunsystem wichtig sind. Wahrscheinlich beruht die Wirkung darauf, dass einfach unser Immunsystem gestärkt wird. Eine andere Wirkung auf Viren kann man sich sonst kaum vorstellen. Unten im Kommentarbereich findest du eine Webseite wie www.vitalstoffmedizin.ch. Dort drin ein spezieller Artikel. Ich habe den zusammengetragen mit ganz spezifischen Informationen über diese Pflanze Artemisia annua, lade dir das PDF herunter. So bekommst du weitere Informationen. Ich persönlich finde das Produkt höchst spannend und würde es gerne weiterverfolgen.